Was ist das? Sag mir einfach, es ist für die Kinder. Ich bin ihre Tante und sie sehen mich so gut wie nie. Das kann ich nicht annehmen. Maike, du kannst es gebrauchen, mit mir fehlt es nicht. Ich verbuche es einfach als Spende, aber er hätte es genauso gemacht. Danke. Im Moment sind wir wirklich sehr knapp. Außerdem wollte ich dich um einen Gefallen bitten. Was denn? Ich weiß nicht recht, wie ich es sagen soll. Ob du es glaubst oder nicht, auch meine biologische Uhr tickt. Ich will ein Kind. Das ist doch toll, oder? Tom. Was? Thomas ist mal an. Spinnst du? Oh, die Kinder sind süß, intelligent, gesund. Das wird er doch auch mit mir hinkriegen. Das ist doch so, wie es sie ist. Es ist doch ein Kind. Das ist doch ein Kind. Oh, das ist doch ein Kind. Das ist doch ein Kind. Untertitelung des ZDF, 2020